Vielen Dank, Freunde. Wir möchten uns für den schönen Dienstag bedanken. Wir hatten eine wunderbare Zeit auf der Bühne. Dank euch, ihr wart wirklich ganz grandios. Und deswegen möchten wir euch auch bitten, das ein bisschen rumzuerzählen. Wir haben heute von euch zum ersten Mal bei Ganz Großes Kino. Mal wieder ein kurzes Handzeichen. Zum ersten Mal da gewesen. Und auch viele. Also das Stück läuft schon seit drei Jahren. Wir werden es nur noch einmal spielen im September für eine Woche. Wenn ihr also noch weitere Empfehlungen machen möchtet, tut das im September noch ein letztes Mal eine Woche Ganz Großes Kino. Und für diejenigen, die da nicht kommen können, haben wir uns was Spezielles einfallen lassen für unser Premium-Publikum-MA-Segment. Machen wir noch eine Party. Und zwar in der Ballsport-Arena am 10. November. Die große Feier wird danach eingeladen. Wir haben viele Gäste dabei. Wenn ihr so Lust habt, dann kommt vorbei. Also ihr seid eingeladen. Also ihr jetzt alle. Also alle. Also werdet ihr jetzt kommen an den Randzeichen, damit ihr wissen will, geht in den Stützen. Also 10. November. Die große Feier wird nach Ballsport-Arena. Und jetzt kommt den da vor euch. Aber ich bin bereit ist zum Teil. Gib uns mal die Hände. Komm an, wir haben sie Rock'n'Rolle. zusammen mit der Bauer zu広gen. Musik 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 Vielen Dank.